Meine Lieben, was hatten wir schon lange nicht mehr? Deutschland in ein paar Sekunden. Es gibt wieder ein Video, das will ich euch nicht vorenthalten. Das erklärt Deutschland in diesmal 14 Sekunden. Schnallt euch an, guckt euch das Video an, ihr brecht weg. Wirklich, wirklich. Um sie mir zu sagen, selbst wenn eine deutsche Staatsbürgerin, ein deutscher Staatsbürger nicht des Lesens mächtig sein sollte, hat er alle Möglichkeiten, auch in diesem Deutschen Bundestag zu sein, weil wir hier eben nicht darauf setzen, dass jemand irgendeine Art von Bildungsabschluss haben muss, sondern hier ist der Ort der Demokratie, der diesen Bundestag, der repräsentiert die Bevölkerung. Okay, Kinder, das Appell an euch, Schule, was ist Schule? Lass das weg. Ihr wollt doch nicht wirklich in der Schule buckeln, lesen, schreiben, lernen, alles drum und dran, um am Ende vielleicht wirklich noch einen Handwerksberuf auszuüben, vielleicht Bankverträge zu schließen, Autos zu verkaufen oder vielleicht sogar irgendwo an der Kasse zu sitzen. Ihr seid doch doof. Hört doch auf damit. Geht nie zur Schule. Lass das. Ihr könnt es einfach alles lassen und ihr geht einfach überbezahlt in den Bundestag. Ja, der Haufen ist groß und wird bestimmt noch größer. Ja, also wirklich ohne Mist. Das Beste, was ich hören konnte, war heute hier lesen, schreiben. Wir leben in einer Demokratie. Lasst es sein. Geht in den Bundestag. Ihr könnt dort alle was machen. Ihr könnt mitspielen. Leute, ich brech hier weg. Die Shit-Show nimmt kein Ende. Was sagt jeder zu? Kommt um meine Telegram-Gruppe, da können wir uns über sowas den ganzen Tag gerne unterhalten. Bis später. Bis später. Bis später. Bis später. Bis später.